Ich bin bekennender Weihnachtsfan und freue mich wie in jedem Jahr von Neuem, wenn ich endlich die Weihnachtsdeko vom Dachboden holen kann. Dazu gehören die Weihnachtspyramide, die Räucherfiguren und natürlich auch die vielen Sterne aus Stroh, Fröbelsterne und die typischen Herrenhuter Sterne dürfen auf keinen Fall fehlen. Wie in den meisten evangelischen Kirchen hängt auch hier in der Laurentiuskirche ein typischer Stern aus Herrenhut. Im nächsten Jahr feiern diese Sterne ihren 200. Geburtstag. 1821 leuchtete zum ersten Mal ein Stern mit 110 Zacken vor der Unitätsknabenanstalt. Das war eine Schule, die von der Herrenhuter Brüdergemeinde gegründet worden ist. Der Ort Herrenhut liegt in der Oberlausitz. Die Herrenhuter, sie waren und sind eine kleine protestantische Kirche mit weltweit eine Million Mitglieder. Der Gründungsvater dieser Kirche, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, war der Überzeugung, wenn wir Jesus kennen, so kennen wir alles, was wir in der Gottheit notwendig kennen müssen. Also nicht die hochtrabend philosophischen Spekulationen über Gott an sich führen uns wirklich weiter, sondern die Orientierung an der Lebenspraxis Jesu. Im Grunde ist das ein ganz einfacher, heute sagt man, smarter Glaube auf den Spuren Jesu. Als dieser einmal gefragt wurde, was die Quintessenz des Glaubens sei, antwortete er, du sollst Gott lieben, deine Nächsten wie dich selbst. Natürlich muss man immer wieder fragen, was das konkret bedeutet. Corona-Leugner, Querdenker und Nazis und eine Nummer kleiner, Menschen, die uns das Leben schwer machen, lieben, so einfach ist das nicht. Aber die Orientierung, die Richtung stimmt, davon bin ich überzeugt. Für diese Orientierung steht der Sternhuter Stern, der natürlich auf den Stern von Bethlehem verweist. Orientierung meint also Ausrichtung auf den Orient hin, dort wo die Krippe von Bethlehem stand. Aber wie gesagt, einfach ist das nicht. Es gibt ja nicht nur diesen einen Bethlehem-Stern, unsere Welt ist voller Sterne. Für gut gemachte Hausaufgaben gab es schon zu meiner Grundschulzeit Sternchen. Sabine, die aus einer sogenannten asozialen Familie mit sieben Kindern kam, hat nie einen Stern bekommen. Dabei hat sie sich alle Mühe der Welt gegeben, aber unser Lehrer, Herr Harras, hat ihr diesen Stern nie gegeben. Dabei wäre das so wichtig für Sabine gewesen. Sterne zeigen an, dass uns etwas besonders wertvoll ist oder wir Menschen für ganz besonders wertvoll halten. Generäle in jeder Armee tragen Sterne auf der Schulter, ein Vier-Sterne-General ist ein hohes Tier. Die deutschen Nationalspieler tragen vier Sterne auf der Brust über dem Bundesadler für vier gewonnene Weltmeisterschaften. Ein Koch, der einen Michelin-Stern bekommt, kann als exzellenter Koch gelten. Ein Vier-Sterne-Hotel würden wir natürlich einem Hotel mit nur einem Stern vorziehen. Und ja, und manche fahren ein Auto mit einem Stern auf der Motorhaube. Diese Adventszeit, in der wir uns befinden, will uns wie in jedem Jahr wieder anregen, darüber nachzudenken, an welchem Stern wir uns in unserem Leben orientieren. Übrigens steckt dieses Wort Advent auch in dem englischen Wort Adventure und das heißt Abenteuer. Ich finde, ja, es ist tatsächlich ein Abenteuer, wenn wir uns in unserem Alltag an dem Stern von Bethlehem orientieren. Immer wieder begegnen uns dann Aufgaben, die wir lösen müssen. Herausforderungen, Streit zu schlichten, Frieden stiften. Und Menschen motivieren das zu sein, was sie in Wahrheit sind. Licht, das die Welt heller machen wird. Wo der Stern von Bethlehem unser Leitstern ist, sind wir auf dem richtigen Weg. Bleibt behütet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017